Yo, hallo Leute, aus Beschuldigung, in letzter Zeit echt keinerlei Zeit für Videos gehabt, tut mir leid. Und ja, fange ich erstmal an, hier kein Tutorial, sondern, na, ich habe heute eine persönliche Nachricht von Youngogs bekommen. Und ja, laut ihnen bin ich ein kleiner Nazi, ich habe mich alle Nazi-Parteien in den Fakten-Krieten. Ja, also, nur um das mal klarzustellen, das einzige Video, was ich habe, ist ein kleiner Junge, der was den Gruß macht und der ist ungefähr drei Jahre, das sieht schon ein bisschen witzig aus. Ich kann auch gerne meine Favoriten mal zeigen, ich mache es so extra langsam. So, weiter, Next-Seite. Hier, das ist das Video, was ich meinte. Wartet. Also, hier, macht es mir Sound aus. Also, ich werde euch den Link zu dem Video auch nochmal in die Beschreibung stellen. Und dann möchte ich gerne mal eure Meinung wissen, ob man wegen so einem Video gleich ein Nazi ist. Das Video werde ich euch jetzt nicht komplett abspielen, weil das nur unnötig lange dauern. Ich zeige euch jetzt nur auf meine Favoriten fertig. So, und die letzte Seite. Also, wenn ihr das weiterhin meint, ich kann ihn seine Meinung nicht verbieten. Moment, ich werde hier noch Einladung annehmen. Nehmen wir mal an. Und ja, also wie gesagt, Link zu dem Video, weswegen ich halt angeblich ein Rechtsradikaler bin, kommt in die Beschreibung. Jo, das war's von mir. Goodbye und have fun.